Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist geschafft. Das weiße Polohemd wird nun endlich gegen das blaue Polohemd ausgetauscht. Nachdem die D-Pol-G Hamburg erfolgreich Gespräche geführt hat mit der Polizeiführung und sie überzeugen konnte, das blaue Polohemd einzuführen für die Angestellten im Polizeidienst, ist dies nun geschehen. Seit heute habt ihr die Möglichkeit, beim LZN dieses Polohemd zu bestellen. Wir wünschen euch viel Spaß damit im täglichen Dienst. Bis zum nächsten Mal.